Und dann drunter gibt es jetzt noch ein, zwei, drei Items. Und dann gibt es noch einen rechten Weg, den wir auch gehen können. Dann gibt es dann auch noch mal einige Trainer. Und dann können wir halt noch die Höhle. Also es gibt wirklich genau drei verschiedene, unterschiedliche Wege, wie man von oben, von eben heute, City zurück nach Neuborgia kommt. Ja, und ich möchte heute versuchen, euch die meisten davon auch zu zeigen. Wer bist du denn? Du bist mir aber nicht hier im Remake eingezeichnet. Oder bist du Astrenamira? Du bist Astrenamira, okay. Der ist im Remake auf der anderen Seite des Flusses. Oder die ist im Remake auf der anderen Seite des Flusses. Oh, Wasser-Pokémon, die große Schwäche von Kaifel. Dann wird dann Megani wieder ran müssen. Megani schließt übrigens mittlerweile auch so ein bisschen auf an Kinglar. Finde ich persönlich ganz so gut, weil so ein super overpoweredes Pokémon zu haben, finde ich persönlich sowieso nicht so toll. Und ja, ich hatte es, glaube ich, vorhin schon erwähnt, auf dieser Route gibt es auf jeden Fall Gero Kleinstein, Skorgler und Teddy Ursa zu fangen. Im Remake ist es allerdings anders. Im Remake gibt es Skorgler und Funpi in Hearthgold und Teddy Ursa und Panzer Eron in SoulSilver. Da ich hier allerdings nur Skorgler und Teddy Ursa angetroffen habe, wird es hier wahrscheinlich anders sein in den alten Editionen. Dann wird es in den alten Editionen wohl noch so gewesen sein, dass es Gorgler und Teddy Ursa in Gold gibt und Funpi und Panzer Eron in Silber dann. Das ist interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie die Pokémon dann umtauschen. Oder es ist auch ein Druckfehler in dem Heft. Kann auch sein, dass es nämlich gerne mal, dass da irgendwas falsch steht in dem Heft. Aber ja, sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie die Exklusivität von Pokémon umändern. Das eröffnet natürlich wieder ganz andere Möglichkeiten, weil wie gesagt, ich werde wahrscheinlich SoulSilver als Remake let's playen, weil wir ja Gold als erste normale Edition let's playen haben. Also jetzt hier gerade let's playen. Und da es ja laut dem Heft hier in SoulSilver Teddy Ursa gibt, dann könnten wir Teddy Ursa tatsächlich als eventuelles Teammitglied im Remake machen. Fällt mich persönlich auf jeden Fall ganz schick. Teddy Ursa habe ich glaube ich noch nie trainiert, beziehungsweise Ursa-Ring. Deswegen warum nicht? Ich glaube, hier gibt es gar keine zwei verschiedenen Flussseiten, deswegen ist Astrina Mira jetzt da drüben. Weil ich sehe hier überall links und rechts nur Wände. Das hat man glaube ich in dem Remake erst eingeführt, dass sich ein Bach komplett von oben bis nach unten durchschlängelt. Der Optik halber. Nein, nicht Bonycheck. Oh, 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 der setzt doch Finale ein. Der setzt doch Finale ein. Okay, Identität. Da habe ich mich verklickt. Ich wollte Eissturm einsetzen. So. Oh, gut, das hätte natürlich auch schief gehen können. Dann wäre unser Kaifer nämlich gleich wieder weg gewesen. Und dann wäre es das mit dem Trainieren auf dieser Route gewesen. Das ging so ein blödes, wildes Georock. Da ist noch eins, aber vor dem fliehe ich jetzt lieber. Ich würde jetzt, wie gesagt, kein Risiko geben. Sobald wir unten sind, werden wir nochmal hochfliegen. Mal gucken, ob wir auf der anderen Wege noch Trainern begegnen. Und dann werden wir nochmal hochfliegen und dann nochmal durch die Hunkerhöhle gehen. Und dann machen wir uns tatsächlich auf den Weg zur Pokeliga. Dass ich das nochmal in diesem Let's Play machen werde. Das hätten sicherlich auch viele nicht gedacht. Ja, ich gehe doch davon aus, dass die meisten Leute, die dieses Video jetzt hier gucken, gar nicht wussten vorher, dass dieses Display schon lief. Weil ich habe jetzt im letzten Jahr vor allem auch sehr, sehr viele Abonnenten gewonnen, aber auch dabei gleichzeitig wieder einige verloren. Das heißt, das hat sich ja sehr ausgetauscht da. Und deswegen denke ich mal, dass jetzt die meisten Leute gar nicht mehr wissen, dass ich vor einem Jahr oder so mal diese Pokémon-Edition in Let's Play habe. Der Anfang wird wahrscheinlich auch von Kommentars, die etwas anders sein, weil, naja, man ändert sich ja doch dann ein bisschen mit der Zeit. Und, ja, vor allem Pokémon-Rot ist halt wirklich eines der allerersten Let's Plays, die ich überhaupt gemacht habe. Deswegen würde ich euch das auch gar nicht unbedingt empfehlen, weil da war ich wirklich noch sehr, sehr zurückhaltend und auch noch sehr, sehr ruhig und so weiter und so fort. Mittlerweile geht das ja eigentlich etwas flüssiger hier. Auch wenn ich so wie jetzt zum Beispiel nachts aufnehme und deswegen nicht allzu laut rumschreie. Schreien tue ich ja sowieso selten, aber nicht allzu laut hier rumbrülle und auch nicht allzu, nicht ganz so laut rede, wie wenn ich das normalerweise machen würde, wenn ich tagsüber aufnehme, weil im Haus schlafen natürlich auch einige und so weiter und so fort. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass die, ähm, ich meine, bei mir selbst merke ich ja nicht so, aber ich glaube trotzdem, dass es schon so ist, dass ich vom Kommentarsteer etwas lockerer bin als damals noch, weil, ja, damals war es immer noch so aufregend und, oh mein Gott, sage ich jetzt bloß nichts Falsches und sowas, oh man, jetzt hören mich ja alle, die werden das alle jemals hören, wenn ich jetzt ein Mist hier labere und, äh, wird auf ewig auf YouTube sein und, naja, jetzt ist es irgendwie so, komm, red einfach, wenn du was Blödes sagst, dann hast du es halt gesagt, ist vollkommen Wurst. Mach einfach. Und ich denke, das ist auch die beste Entscheidung, aber da muss jeder natürlich erstmal hinkommen. Eine Rätselbeere. Ohohoh, also im Remake gibt es hier nur Aprikoko Grün. Und nur damit ihr seht, wo wir hier jetzt wieder rauskommen, das ist übrigens der Ausgang von der Höhle. Und hier haben wir eine Antiparbeere. Im Remake wäre das übrigens noch eine Aprikoko Grün und eine Aprikoko Gelb hier. Und hier ist es noch eine normale Beere. Aber unser Beute ist voll. Und hier sind noch Trainer. Gegen die kämpfen wir natürlich, denn die bewachen ein Item, was wir eventuell haben möchten. Ein Menki! Falls ihr euch jetzt fragt, warum die auf Level 17 sind, durch die Dunkelhöhle, konnte man tatsächlich schon sehr, sehr früh gehen. Und zwar hat die Dunkelhöhle genau drei Ausgänge. Der eine ist natürlich oben in Ebenholt City, den wir eben gesehen haben. Zudem kommt man aber, glaube ich, nur mit Kaskade hin, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Deswegen kommt man da halt vorher noch nicht hin. Der andere ist halt hier gerade eben gewesen. Also direkt hier über uns. Und der letzte Ausgang war irgendwo... Muss ich dann doch nochmal die Seite aufschlagen. Der war in... Aha, aha, aha... In Viola City, also beim Klofenzerturm und so weiter und so fort. In der Nähe. Ich glaube, da braucht man trotzdem Stärke oder was für. Da braucht man Zertrümmerer oder irgendwas braucht man da, glaube ich, trotzdem für, um da durchzukommen. Deswegen haben wir es damals nicht gemacht, aber... Ja, Angriffsmusik war eh nicht, aber wir wissen, dass es hier liegt. Ähm, deswegen waren wir damals halt noch nicht hier. Und deswegen sind die Tränen aber auch schon auf so niedrigem Level, weil man halt auch schon recht früh hier hingehen kann. So, besiegen wir die noch mit ihrem Pondita. Oh, jetzt habe ich den Pulverschnee angegriffen, aber... Ist ja egal. Level 16er kann man sowas mal aus Versehen machen. Dann wird man da nicht gleich mit dem Tod bestraft. Man muss echt sagen, wir haben jetzt... Alle 8 Orden sind erst Level 35 mit einem Pokémon. Und wo das stärkste ist Level 46. Viel, viel stärker waren wir in der ersten Generation auch noch nicht. Aber im Vergleich zu den neuen Generationen, wo man dann wirklich oft Level 60 oder so ist, wenn man bei der Poké-Liga ankommt. Und hier ist man zwischen 40 und 50. Das ist schon sehr merkwürdig in eurem... Ja, es gibt halt noch einen sehr, 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 sehr großen zweiten Teil-Liga. Ich möchte die Leute, die das Spiel eventuell nicht kennen, nicht spoilern. Aber eigentlich den größten Teil nach einer Pokémon-Liga, den es in allen Pokémon-Spielen gibt. Ähm... Zumindest erinnere ich mich jetzt an keinen viel größeren. Ähm... Ja, wir sind jetzt wieder unten, deswegen kann ich auch gleich nach oben fliegen. Wer kommt hier nicht? Und ja, weil das, was es hier gibt, ist dann die Level-Kurve da halt trotzdem sehr, sehr, sehr flach. Also man kommt dann mit ein paar, vielleicht 10 oder 20 Level höher, kommt man dann halt dann nochmal wieder dahin. Also ist man dann komplett durch, so ungefähr. Vielleicht auch 30 maximal. Aber die gesamte Level-Kurve ist ja ziemlich schwach. Und dann gibt es noch einen einzigen Trainer, der quasi unser Finale sein wird. Also wenn wir den besiegt haben, dann sind wir durch. Und ja, der ist dann halt vom Level so hoch, dass man dann wirklich extrem viel Offscreen trainieren muss. Weil wir so ein Level von den Trainern halt einfach nicht erreichen werden. So. Da haben wir einen neuen Trainer. Ich habe aber leider die Befürchtung, dass wir auf der falschen Seite runtergesprungen sind. Denn rechts ist laut meiner Karte auch noch ein Trainer. Obwohl, nee, ist egal, auf welcher Seite man runter springt. Man muss eh nochmal mit beiden irgendwie... Also muss man den Weg sowieso viermal laufen, wenn man alle Trainer besiegen will. Einmal durch die Höhle, einmal durch den linken Weg und zweimal durch den rechten Weg. Ja, hätte man auch anders machen können als den Weg. Ja, man hätte es auch so machen können, dass man dann trotzdem die Dinger runterhüpfen kann, aber trotzdem mit einem perfekten Weg alle Trainer abgrasen. Finde ich nämlich immer blöd, wenn man eine Route so oft laufen muss, dass man dann alle Trainer besiegt hat. Nur weil man seine Pokémon auch vernünftig leveln möchte. Aber die haben es halt so programmiert und da müssen wir es so hinnehmen. Ja, Kaifel macht das nach Olo platt. Kampf ist auch eine Schwäche von uns. Ich glaube, wir haben die Schwächen Kampf... Wasser... Stahl auf jeden Fall noch... Und... Kampf ist, glaube ich, sogar eine Vierfachschwäche, oder? Nee, Kampf ist, glaube ich, nur eine Doppelschwäche. Ich glaube, gegen Boden ist keine Schwäche Kampf. Auf jeden Fall haben wir noch irgendwas als Schwäche. Ich habe nämlich gelesen, dass wir nur eine einzige... Also Elektro bringt uns gar nicht, weil wir halt die Boden sind. Und Gift bringt uns nur ein Viertel, aber alles andere ist normal oder Doppelschwächen. Also wirklich... Resistenzen hat Kaifel wenige. Was ihn jetzt nicht so so einen guten Pokémon macht, aber wie gesagt, wir haben halt weder den Typ Boden noch irgendwas ähnliches. Also Stahl und Boden finde ich halt beide sehr ähnlich, zum Beispiel. Und auch nicht den Typ Eis in unserem Team. Das heißt, das macht schon durchaus Sinn, Kaifel trotzdem zu nehmen. Ja, und da oben ist der andere, wisst ihr was? Da wir eh noch so weit oben sind, fliege ich auch deswegen gleich nochmal wieder zurück. Und würde den gleich mitnehmen, bevor wir dann wieder nach ganz unten rennen, dann wieder oben starten müssen. So, da müssen wir natürlich jetzt auch mal gleich den richtigen Weg gehen. Wir müssten Schwarzgurt Timon, Wanderer Roman und Wanderer Philipp ausgelassen haben. Und die schnappen wir uns jetzt noch. Also runter hier. Da auch runter. Diesmal hüpfen wir... Diesmal hüpfen wir da rechts runter, wollte ich sagen. Bevor wir von diesem kleinen Mini-Kleinstein hier gestört wurden. Was wählst du eigentlich, hä? Trainiert haben wir hier genug und außerdem hast du jetzt eh keine Chance mehr gegen uns. So, Tag. Wegen dir musste ich jetzt nochmal fliegen, also sei wirklich was Besonderes. Na du Astre, Nadu... Hast einen Tauboss. Ja, das ist schon was Besonderes, muss ich sagen. Weil man einen Tauboss auf Level 25 normalerweise gar nicht haben kann. Aber... Tauboss haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen in dieser Edition. Sollten wir zumindest noch nicht. Da haben wir jetzt unglückten Eis-Pokémon vorne, aber das hat sich, glaube ich, doch gelohnt, deswegen hier nochmal runter zu kommen. Und der hat auch noch einen Electek, okay. Jetzt wird aber was ganz Ausgefallenes hier bringen. Ja, da können wir noch keinen Erdbeben. Das hätten wir das perfekte Pokémon für diesen Trainer gehabt. Ja, aber ich glaube, Fähigkeiten gibt es noch nicht. Ich habe jetzt eben extra keinen Bodycheck eingesetzt. Wegen Statik und so, aber ich meine, das gab es hier noch gar nicht. Deswegen hätten wir das ruhig machen können. Aber egal. So, Electek. Was hältst du noch so alles aus? Der hier hat noch einen Pulverschnee, dann sollte es das gewesen sein. Oh, Kreide-Schrei-Schluck-Fehl. Pulverschnee! Und weg. 901 EP. Aber wegen dem hat es sich definitiv gelohnt. Ich finde, er hat einen viel, viel besserer Trainer als der linke da, also als der Wanderer. Und deswegen, wenn ihr trainieren wollt und den Weg nicht öfter laufen wollt, dann empfehle ich auf jeden Fall diese Seite. Also die ganz rechte Seite. Weil der doch durchaus bessere Pokémon hatte und auch durchaus coolere Pokémon und abwechslungsreichere. Weil so ein blödes Drecksgearock wie der andere, den hat man jetzt hier schon 30 Milliarden Mal gesehen. Und ein Top-Trank. Den können wir mitnehmen, wenn wir schon ein Top-Trank haben. So, jetzt müssten wir... Sind wir hier richtig? Sind wir hier nicht richtig? Ist halt immer noch anders hier, ne? Aber ich gehe trotzdem hier lang. Und ja, das müsste richtig sein. Denn gegen den Schwarzkurt haben wir vorher nicht gekämpft. Das müsste eine Schwarzkurt Timon sein. Und dann fehlen, wie gesagt, nur Wanderer Roman und Wanderer Philipp. Das ist aber Schwarzkurt Udo. Hier steht Schwarzkurt Timon. Die haben den Namen geändert. Was haben die denn gegen Udo? Egal. Eisturm. Ja, wir werden gleich eh verkacken, weil Karate-Schlag einfach verdammt effektiv gegen uns ist und Maschok auch schon verdammt stark ist. Und dann auch mit dem Volltreffer natürlich noch mal mehr Schaden macht. Scheiße, jetzt geht die auch noch daneben. Okay, das war's dann mit Kaifel. Ich bin das Risiko angegangen. Aber wir haben auch so viele Hyper-Tränke, dass ich die natürlich nicht mal verwenden werde hier. Gut, wir hätten auch aufs Xartu switchen können. Da hätten wir zumindest ein sehr effektives Pokémon gehabt, was auch Training braucht. Aber jetzt sind wir einmal dabei mit Kaifel. Obwohl, ne. Wir sind jetzt doch zu Xartu. Wir haben jetzt zum Beispiel schon mal Kaifel geheilt für den nächsten Kampf. Und jetzt kommen noch zwei Wanderer. Und die sollten wir dann halt trotzdem irgendwie beide noch gut besiegen sollen, können, möchten. Weil mit Kaifeln war dann doch mit den Eisattacken was gegen die Steinsdinger, die die haben. Und dann sollte das klappen. Schwarzgurt-Uru ist besiegt. Der wurde halt später umgetauft in Schwarzgurt-Thiemann. So, laut meinem Heft sollte ich jetzt den rechten Weg wählen, wenn man den rechten Trainer besiegt hat und auch über den linken Weg zum Trainer hinkommen kann. Während man, wenn man über den linken Weg geht, nicht mehr zum rechten Trainer kann. Also werden wir das auch so rum machen. Schwupp. Und da ist dann der Wanderer Philipp laut meinem Heft. Ist das auch Philipp? Oder hat man auch diesen Namen verändert? Nein, das ist Philipp. Ich weiß nicht, warum man Udo zu Timon gemacht hat. Wenn ihr es wisst, dann könnt ihr eventuell in die Kommentare schauen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendjemand weiß, warum auch immer. Alle Namen bleiben gleich. Nur Udo macht mal zu Timon. Uff. Uff. Was weiß ich. Kleinschall ist auf jeden Fall weg. Ist da noch ein Georock? Hoffentlich noch ein Geowatz. Dann sehen wir, wenn dieses nochmal was Neues. Eissturm! Und tschüss, Georock. Reicht nicht ganz für ein Level ab, aber... Er hat tatsächlich noch ein Geowatz. Das gefällt mir dann. Danke sehr dafür. Wenn wir jetzt treffen würden, dann würde es eventuell dann reichen für das nächste Level. Dann triff jetzt auch. Mein Gott, das hat eine 95-prozentige Trefferschance. Willst du mich verarscht, dass du gleich zweimal den anderen nicht triffst? So, weg. Tot. So. Ja, du hast mir keine Probleme gemacht, nur mein eigener Eissturm hat mir Probleme gemacht, weil der sich dachte, ich habe zwar eine 95-prozentige Trefferschance, aber ich treffe jetzt trotzdem ganz oft nicht. Ah, und den haben wir vorher schon besiegt. Weil wir da von dem anderen Weg aus auch hinkonnten. Mist, aber den Weg haben wir am nächsten Mal auch gewählt. Hätte ich vielleicht jetzt den anderen nehmen sollen. Da konnte ich mich jetzt aber nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, welchen Weg wir eben gerade gegangen sind. So, ich kann auf jeden Fall jetzt mal kurz erzählen, warum ich das Display denn so lange pausiert habe. Und zwar lag das Madermann nach sehr stark an der Philosophie von Nintendo. Ich habe zwei Gründe gehabt. Einmal wegen dessen und einmal halt, weil ich auch sehr, sehr wenig Lust hatte auf Nintendo Spiele. Ich weiß nicht, ich habe halt manchmal richtige Phasen, wie jetzt zum Beispiel gerade, wo ich am liebsten jedes Nintendo-Spiel hinterher anders spielen würde. Also Zelda und Mario und Pikmin und was weiß ich, Mario Kart, Mario Party, Mario 3D, Mario 2D, was weiß ich. Ich kann jetzt momentan eigentlich überhaupt nicht genug davon bekommen. Ich konnte jetzt jedes Nintendo durchspielen, was es gibt, auf einmal hinter anderem da durchspielen. Und dann habe ich halt auch wieder so Phasen, wo ich dann, ja, Lust auf was anderes habe. Wo es dann halt, und so eine Phase war halt damals zum Beispiel auch, dass ich dann gesagt habe, boah, Pokémon, nee, erstmal nicht. Boah, Mario und Luigi, auch erstmal nicht. Und dazu kam dann halt noch, wie gesagt, die Philosophie, die Nintendo da gerade gefahren hat. Die ist ja immer noch nicht wirklich toll, aber einfach vollkommen auf die Fans scheißen, was die wollen, und einfach nur das raushauen, was man selber will. Eine sauteure Konsole, also für den, was die Hardware kann, im Vergleich zur PlayStation 4 und Xbox One, eine sauteure Konsole. Und dann erstmal, ja, was weiß ich, 30.000 Release-Spiele ankündigen und noch sagen, das wird der größte Konsolen-Release, den es jemals gab. Und dann, ja, haut man eigentlich als einzigen wirklich Spiele, die wirklich gut spielbar waren und nicht für den PC und sowas schon seit Ewigkeiten draußen waren. Ähm, waren dann nun mal nur ein 2D-Mario, das zwar vielleicht optisch leicht hübscher war als die Vorgänger, aber Gameplay-Innovationen ist technisch überhaupt nichts geboten haben. Und Nintendo Land, was das neue Wii Sports sein sollte, von der Spielzeit und so weiter und so fort, das war ein ganz lustiges Minispiel für zwischendurch, aber da war ich dann auch nach einem Monat dann mit durch und hatte dann irgendwie keine Lust mehr drauf. Und, ja, oder nach zwei Monaten, sag ich mal, wenn man dann noch mit dem Bruder, mit der Schwester, mit dem Vater noch mal ein bisschen gespielt, aber sonst, ähm, war es das dann auch und dann lag die Wii U in der Ecke, dann lag die Wii U in der Box und da habe ich mir gedacht, das kann doch jetzt wohl nicht da sein, dass Nintendo jetzt hier die Riesen-Konsole mit dem Riesen-Release und dem, was weiß ich, ankündigt und man sie sich trotzdem kauft, obwohl man weiß, dass sie sie mit Abstand schwächster Hardware haben wird von allen Next-Gen-Konsolen und an Nintendo einfach überhaupt keine von seinen Versprechen verhält. Ich meine, was war alles als Release-Titel angekündigt, zumindest im Release-Zeitraum, The Wonderful 101 ist ein dreiviertel Jahr später rausgekommen, Pikmin ist ein dreiviertel Jahr später rausgekommen, Wii Fit ist ein dreiviertel Jahr später rausgekommen und was man noch nicht alles da angekündigt hat und alles ist nicht rausgekommen und das habe ich mir gedacht, das kann einfach nicht wahr sein und dann auch noch so, oh, es kommt jetzt nicht raus, aber wann es rauskommt, können wir euch auch nicht sagen. Ich meine, entweder ist es fertig und es verschiebt sich dann aus irgendwelchen Mini-Gründen dann um, was weiß ich, ein paar Monate oder es ist noch nicht fertig, dann kann man aber auch klick und klar sagen, das dauert jetzt mindestens noch ein dreiviertel Jahr, wie bei Pikmin. Hat man aber nicht, man hat einfach nur gesagt, ja, das kommt eventuell in einem vierten Jahr oder es kommt eventuell in einem halben Jahr und das könnte aber auch in einem dreiviertel Jahr kommen. Da hat man immer weiter hinausgeschoben, wie es länger gedauert hat und das finde ich eine Frechheit. Und das ist der Grund, warum ich mich dann damals dagegen entschlossen habe, auch dieses Ganze, dass Nintendo einfach irgendwo stecken geblieben ist von einem Jahr her, sage ich mal. Es ist Online-Dienst nicht wirklich vorhanden. 32 GB maximal für eine Konsole, dann will man Online-Shop pushen und es ist doch ganz klar, dass dann keiner was kauft, weil es einspielt und das Ding ist voll. Ich verstehe nicht, was Nintendo sich dabei denkt. Es ist wirklich wie, als wenn die überhaupt keine Ahnung hätten von dem aktuellen Spielemarkt. Zumindest von den meisten, wie das momentan so abläuft. Als wenn die wirklich das komplett verpennt hätten, die gesamte letzte Generation, haben sie ja auch halb, weil die haben halt ihre Wii gehabt, die sich am besten verkauft hat und deswegen mussten sie eigentlich nichts ändern. Aber das hat nun mal nicht an der Zukunft geholfen, nicht geholfen an der Zukunft von Nintendo. Die haben halt die ganzen Erfahrungen nicht gemacht, die die Playstation und die Xbox hatte, mit den ganzen Online-Sachen, mit den Store-Sachen, die sich immer weiterentwickelt haben und innerhalb der letzten sechs Jahre, der letzten Konsolengenerationen, haben sich halt nun mal Microsoft und Sony sehr, sehr stark weiterentwickelt, während Nintendo halt mit seiner Wii, die eigentlich hardware-technisch nur, ja quasi ein Gamecube mit Bewegungssteuerung war, nun mal nicht wirklich, diese Entwicklung nun mal nicht durchgemacht hat und deswegen jetzt irgendwie auf der Strecke bleibt, sage ich mal so ein bisschen zumindest, was, naja, was Online-Dienste, was Online-Shop-Dienste angeht, was Hardware-technisch angeht, was Third-Party-Unterstützung angeht und so weiter und so fort. Und das war mir dann einfach zu viel. Da habe ich gedacht, nö, weil Let's Plays, theoretisch ist es ja kostenlose Werbung für Firmen und da habe ich gedacht, damit möchte ich jetzt theoretisch nicht Nintendo unterstützen, wenn die diesen Kurs fahren. Aber, naja, es ist nun mal so, da kann man jetzt auch nichts mehr dran ändern und da wird wahrscheinlich auch nichts dran ändern, selbst wenn ganz YouTube-Bodkortieren würde, das würde wahrscheinlich noch nicht mal Nintendo noch nicht mehr mitkriegen, weil wir gerade im Internet und so weiter, da sind die halt momentan nicht so ganz fit und deswegen, ja, habe ich mir dann jetzt gedacht, komm, dann machst du jetzt halt weiter mit dem ganzen Nintendo-Kram, hab mit der Mario Kart-Series angefangen, weil ich Mario Kart 8 gerne Let's Playen will, hab mit der Super Smash Bros Serie anfangen, weil ich mit Super Smash Bros 8, der hundertprozentig gerne Ambulis-Let's Playen möchte und so weiter und so fort. Die 3DS-Let's Plays werden auch alle noch nachgereicht, nachdem ich mir die Capture-Card geholt habe und so weiter und so fort. Deswegen wird auch Pokémon weitergeführt und Mario und Luigi wird dann bald weitergehen und so weiter und so fort. Also, ich habe jetzt die letzten Playstation 3-Sony-Dinger im Start mit Uncharted und mit Resistance und mit God of War und mit LittleBigPlanet und eventuell noch die Resten von Legend und Clank und Jack und Dexter-Dinger und dann bin ich komplett durch mit dem, was ich mir für die Playstation 3 vorgenommen habe. Dann kann die Playstation 3 zur Seite und dann kann ich tatsächlich wieder einen großen Fokus auf Nintendo legen, weil ist dann so, ne? Nur mal hier so ein bisschen als Laberstunde zwischendurch. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, in diesem Ort waren wir nämlich bereits schon und das eventuell im ersten oder maximal im zweiten Part, wahrscheinlich sogar noch im ersten. Denn das hier ist tatsächlich die Verbindung zur Route. Wir schauen es uns an. Steht da nicht. Aber auf jeden Fall zu der ersten Route, die man in diesem Spiel betreten kann. Betreten kann, betreten kann. Nachdem man sein Pokémon bekommen hat, kommt man nämlich direkt auf diese Route. Und ja, tatsächlich jetzt eine direkte Verbindung zu der Route, die zur letzten Arena führt, also zur letzten Stadt von Yoto. Da passt es sich doch ganz gut, dass wir jetzt auch nicht nach Neuborg her müssen. Was, das ist ein Item? Das haben wir damals nicht mitgenommen? Aber wie, da waren wir ja total aufmerksam. Nee, da muss ich uns ja wieder total loben. Da habe ich ja vom ersten Part an alles untersucht. Das steht dann aber nicht im Heft. Das muss im Heft drin stehen. Da haben wir sich nach Heft gegangen, aber... Oder haben wir damals noch nicht mit Heft gespielt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein Trank hätte uns damals bestimmt was gebracht. Warum liegt denn der da noch rum? Das muss ich doch im Heft gesehen haben. Das kann doch nicht wahr sein. Kann man doch nicht einfach rumliegen lassen. Ey, wie Gott, das bringt uns ein Trank nicht mehr viel, aber damals... Ein kostenloser Trank, hey. Hat schon was gebracht. Na gut, wir sind zurück. In unserer Heimatstadt. Wir müssen ja eh zum Professor Lind. Der hat uns ja angerufen. Tag, was wolltest du? Hi Ash, danke dir. Komme ich mit meinen Forschungen hervorragend voran. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Und wir erhalten den Meisterball und das erst nachdem wir Ho-Oh fangen mussten. Interessant. Der Meisterball ist der Beste von allen. Er ist der ultimative Ball. Ihm kann kein Pokémon entwischen. Er wird nur anerkannten Pokémon-Forschern überreicht. Aber ich glaube, du hast bessere Verwendung dafür als ich, Ash. Ja, vielen Dank. Damit haben wir den Meisterball. Der momentan außer den, ja, fliehenden Hunde-Pokémon zwar kein Pokémon, was wir damit fangen können, aber immerhin. Gucken wir nochmal bei der Mutter vorbei. Hi, willkommen. Ich seh, du bist nicht sehr. Ich habe dein Zimmer aufgeräumt. Ist es wegen deinem Geld? Nein. Ist es die Sommerzeit vorüber? Ja, schon längst. Ich stelle dir die Uhr eine Stunde zurück. Gib dir mal dein Bestes. Dann gucken wir mal an, wofür dir unser gesamtes Geld verprasst hat. Ach, toll. Für gar nichts. Danke. Ich weiß zwar nicht, wie das Zimmer vorher aussah, aber das sah bestimmt nicht viel anders aus. Auf jeden Fall unser gesamtes Geld verschrottet. Hier ist, ich glaube, das ist im PC drin, was sie gekauft hat. Äh, wir gucken mal kurz nach. Wir gucken mal kurz nach, was unsere Mutter uns von unserem Geld gekauft hat. Dekorationen. Äh, wir haben ein Bett. Wir haben ein Federbett. Das ist schon immer so. Wir haben ein Poster. Wir haben die Karte. Das ist schon in deinem Zimmer, wie im Ornament. Und da haben wir nämlich jetzt die Blumanda-Puppe. Die können wir rechts hinstellen. Und wir haben die Pipi-Puppe. Die können wir links hinstellen. Das sind die beiden Sachen, die die uns gekauft hat von unserem Geld. Eine Blumanda-Puppe und eine Pipi-Puppe. Toll, hübsch. Ich stehe jetzt hier rum, weil du die gekauft hast. Tschüss. Wir werden dich jetzt auch wiedersehen und für immer verabschieden hier. Wo können wir uns in unserem Bett ausruhen? Ich würde gerne meine Pokémon nochmal geheilt haben. Oh. Ist jetzt nicht wo sonst. Wenn normalerweise in den neuen Spielen heilt unsere Mutter uns ja, aber das tut die hier leider nicht. Zumindest habe ich das eben nicht mitbekommen. Nein, ich will jetzt hier weg. Schön, wenn man nebenbei umblättern und dabei hier guckt. Irgendwie zu spielen. So. Egal. Jetzt darüber. Denn das ist jetzt die neue Route, die wir jetzt erschließen können. Und wir verlassen jetzt tatsächlich die Region Joto. Wir verlassen Joto komplett. Das ist auch nicht so häufig in einem Pokémon-Spiel, dass man die Region, in der das Pokémon-Spiel stattfindet, verlässt. Aber wir betreten jetzt eine Gegend, die euch bekannt sein sollte. Das sagt der uns jetzt hier auch. Hey! Weißt du, was du gerade getan hast? Du hast deinen ersten Schritt in Kanto gemacht. Sieh auf die Karte in deinem Pokémon. Das ist doch die Gegend, die wir gerade erst in Pokémon Rot durchgekämpft hatten. Das ist gerade erst vor anderthalb Jahren. Vor zwei Jahren. Weiß ich nicht mehr, wann das vorbeigegangen ist. Ähm. Aber das bedeutet tatsächlich, wir haben in Pokémon Gold und Silber 16 Orden und nicht nur 8. Wir werden nach den 8 Arenen in Joto noch in Kanto die 8 Arenen machen. Und das ist einzigartig. Das gibt es seitdem in keiner einzigen Pokémon Edition. Gut, die Remakes natürlich. Aber ansonsten gibt es das in keiner Pokémon Edition, dass man 16 Orden hat und vor allem nicht, dass man zwei komplette Regionen hat und die Regionen aus dem Vorschulgänger noch übernommen hat. Und das finde ich persönlich eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Und ja, natürlich, wie gesagt, das geht natürlich auch alles sehr, sehr zulasten der Levelkurve. Man darf jetzt in der ersten Region natürlich nicht so hoch gehen, wie man normalerweise bis zur Pokémon Liga gehen würde, weil man hat ja noch komplette 8 Orden danach. Und da die aber auch... Okay, Sonderbombom, warte. Und da die Orden danach natürlich auch ziemlich random begehbar sind, theoretisch, ist es auch schwer für die Entwickler, da eine vernünftige Levelkurve einzubauen. Also das Coole an dem Spiel ist auch gleichzeitig das, was den Negativpunkt hervorbringt. Naja. Aber an sich ist es halt eine coole Sache. Und... Warte. Keifel. Ah, weißt du, was scheiße drauf, hier sitzt jetzt einfach das Ding. Oder hat Xatu gerade ein Level? Nee. Wir sind jetzt einfach den blöden Sonderbombom und Keifel ein. Oder nee, wir warten, bis Keifel das nicht Level bekommt, und dann den Sonderbombom ein. Damit der noch ein bisschen näher aufschließt. Also, dass alle mindestens Level 45 sind, ist eigentlich schon eine Sache, die ich gerne hätte, bevor wir in die Pokémon Liga kommen. Die ist nämlich da oben. Ja, wir werden erst die Poké Liga machen und dann wird es noch die weiteren 8 Orden geben. Davor gibt es noch einige Trainer und noch eine kleine Höhle, wo man nochmal eine Kaskade einsetzen muss, damit das Spiel ja sicher geht, dass du auf jeden Fall die letzten Orden hast. Wobei ich glaube, dass der Typ hier vorne das auch überprüft, dass ich glaube, der sagt nicht hier, hey, du hast gerade deinen ersten Schritt in Kanko gesetzt, guck auf die Karte, die kommt, das sagt er nur, sobald du alle Orden hast. Vorher sagt er, geh lieber wieder zurück. Ähm. Du bist hier viel am Platz. Irgendwie sowas sagt er da. Falls ihr euch auf jeden Fall für das Drachen-Pokémon Dratini entschieden haben solltet, gibt es hier vorne auch eine coole Sache, nämlich irgendwo hier, ich weiß es nicht wo, sehe ich hier gerade, gibt es auf jeden Fall die TM-Drachen-Klaue. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine Kaskade. Es gibt hier auf jeden Fall die TM-Drachen-Klaue und ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Drachen-Attacke. Oh, das ist die dritte verkackte Wasser-TM-VM und das kann King dann noch nicht mehr lernen, natürlich. Ja, was sollen die jetzt da? Ach, verkackte Dreckskacke. Ja, damit ist hier das Spiel für uns vorbei. Ich hoffe, ich hätte sparen. Ich fliege hier, glaube ich, weg und dann, keine Ahnung. Wir müssen hören, wohin es einen Poké-Sender gibt. Ich hoffe, Lapras kann das erlernen, dann kann ich den nämlich jetzt anstelle von Knufenza mitnehmen. Ich glaube, Zerschneider brauchen wir da hinten nicht. Mal kurz gucken, benötigt VMs, ist dann nur Surfer, zumindest im Remake und in der Siegestraße brauchen wir auch keinen Zerschneider. Das heißt, ich glaube, einen Blitz brauchen wir in der Siegestraße, ne? Na, ich hoffe einfach, wir brauchen keinen Blitz. Und dann lege ich Knufenza ab und nehme dafür einen Lapras mit. Hey, Lapras, Team Pokémon aus dem ersten Pokémon Let's Play. und ja, ich bringe dem jetzt erstmal Kaskade bei. Nein, Lapras kann auch nicht Kaskade erlernen. Okay, dann brauchen wir eventuell das Rote Garadus. Das sollte aber Kaskade erlernen können, oder? Ja, ich meine, das habe ich damals auch immer als Vollend-Sklamen dabei gehabt, weil ich als Kind zu schlecht war oder nicht die Lust und die Motivation hatte, den Pokémon nachzutrainieren habe ich eigentlich immer Pokémon trainiert, die ich ganz früher im Spiel bekommen habe und das Rote Garadus dann immer mit reingenommen, weil das schon ein recht hohes Level hatte. Weil bei der gesehen Quiekel gab es weit, weit, weit nach dem Roten Garadus zu fangen und das war auf Level 21 und das Rote Garadus auf Level 30. Also, das ist schon dem normalen wilden Pokémon weit voraus. Ja, das kannst du mit der Lehren sehr gut. Ja, soll ich was vergessen? Das war eigentlich ein Überblick natürlich. So, damit haben wir Garadus jetzt mal als V-M-Sklaven dabei. Und ja, der hat mir damals, glaube ich, auch immer Kaskade gehabt und hat das dann immer gemacht, weil wer anders konnte das ja nicht. Surfer und Kaskade war eigentlich immer die Sache von Garadus und Warpoo, glaube ich, sogar auch. Sicher bin ich mir dort aber nicht. So, ich würde sagen, an dieser Stelle ist aber auch wieder eine gute Sache, um den Part zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir uns dann tatsächlich endgültig auf den Weg zur Siegesstraße machen. Es gibt noch einige Trainer unterwegs. Wie gesagt, es wird bestimmt noch ein bis zwei Parts dauern, bis wir dann endlich bei der Siegesstraße angelangt sind. Aber auf der Siegesstraße gibt es auf jeden Fall die TM-Erdbeben, soweit ich mal zu sagen. Mit anderen Worten, unser Donfan, äh Donfan, was labere ich denn hier? Ähm, habe ich hier gerade gelesen, weil hier gerade ein fettes Bild von Donfan in meinem Heft ist, aber nein, unser Kaife wird damit auch endlich eine vernünftige, richtig schöne, gute Attacke erlernen, mit der er auch was anfangen kann. Ähm, ja, und dann wird das auch nützlich und ich hoffe, das kann uns dann in der Top 4 noch so richtig was bringen. naja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hat Spaß, schaltet euch beim nächsten Mal wieder ein, bis dann und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.